Das ist ja gerade noch mal gut gegangen bei der Bundestagswahl. 2% mehr für die FDP und die Schlagzeile des Tages hätte gelautet, wir sind Guido. Ehrlicher wäre natürlich die Schlagzeile, wir sind Nichtwähler, denn die Fraktion der Nichtwähler hatte am Sonntag eindeutig die größten Gewinne zu verzeichnen. Sie hat um fast 7% zugelegt. Es ist das große Verdienst unserer Parteien, inzwischen 30% der Wahlberechtigten davon überzeugt zu haben, dass es für sie keinen Sinn macht, zur Wahl zu gehen. Man kann dem Wahlvolk eine gewisse Konsequenz nicht absprechen. Auf den Nichtwahlkampf folgt eben die Nichtwahl. Finden Sie das so erstaunlich? Dann gehören Sie sicher auch zu den lustigen Zeitgenossen, die völlig entgeistert und verblüfft sind, dass es Schwarz-Gelb diesmal wirklich geschafft hat. Ja, ja, ich weiß, die Hoffnung stirbt zuletzt. Vorher verhungert der Verstand, verendet die Vernunft und verreckt der Realitätssinn. Und da sind wir bei der Frage, die mich Sonntagabend ernsthaft beschäftigt hat. Wer hat am Wahlabend eigentlich diesen Flashmob im Willy-Brandt-Haus organisiert? Wie bringt man auf eine Beerdigung die Angehörigen dazu, bei vollem Bewusstsein zu jubeln? In welchem Paralleluniversum muss man sich aufhalten, um die Architekten der größten Klatschhäde, die SPD je bezogen hat, also um Frank-Walter, Stahnmeier und Franz Müntefering, nach jedem zweiten Heißluftausstoß mit minutenlangem Beifall zu überschütten? Bitte, bitte sagen Sie mir, dass der Applaus ironisch gemeint war. Da stehen die beiden SPD-Superstrategen, die es fertiggebracht haben, in elf Jahren Regierungsbeteiligung um die Zahl der SPD-Wähler fast zu halbieren und diesmal in einer einzigen Wahl mehr Wähler zu vergraulen, als es jemals zuvor einer Partei gelungen ist und sagen mehr oder weniger wörtlich, wir hatten das richtige Programm, wir hatten die richtigen Themen, den richtigen Spitzenkandidaten und wir haben einen hervorragenden Wahlkampf gemacht. Und die enthemmte Menge jubelt und applaudiert, als hätte man gerade die absolute Mehrheit errungen. Es fehlte nur noch der Münte-Klassiker, wir müssen uns jetzt unterhaken, und den Helm enger schnallen. Denn um an einem solchen Wahlabend die alte Stärke und die neue Kraft der SPD zu beschwören, muss man den Helm schon bedenklich oft enger geschnallt haben. Und um in Sigmar Gabriel, Andrea Nahles und Klaus Wovereit die neuen Hoffnungsträger zu erkennen, muss die Blutzufuhr zum Hirn fast schon unterbrochen sein.